Es ist eben nicht mehr nur der European Song Contest, dort in der Mitte wird Lena stehen. Ist nicht richtig. Das war ja früher hier ein Fußballstadion. Ist es auch immer noch? Jetzt spricht man in den letzten beiden Jahren natürlich von diesem Wahnsinns-Ding da in Oslo. Sie sind der einsamste Mensch der Welt da unten. Nein. Ist irgendjemand dabei, von dem Sie sagen, das Lied hätte ich auch gerne gesungen? Nee. Wer noch nicht genug hat von Lena, kann sich satt sehen.